In diesem Video geht es um die besten Schuhheizungen. Der Qualitätssieger in unserem Schuhheizung-Test geht an die Therm-Rub-Schuhheizung. Das innovative Ferninfrarot-Gummi-Heizelement ist wasserdicht und robust. Im Vergleich zu anderen Heizelementen, funktioniert das Gummi-Heizelement sehr effizient, spendet tiefe und gleichmäßige Wärme auf ganzer Fläche. Jetzt in der Größe 35 bis 48, passen Sie die individuelle Größe Ihrer Füße an die Einlegesohlen an. Ganz einfach zuschneidbar mit einer Schere und schon kann die Sohle in Ihr Schuh hineingelegt werden. Spüren Sie dank des 18 cm langen Heizelementes eine wohltuende Wärme von der Ferse bis zum Zeh. Mit den Therm-Rub 7,4 Volt Lithium-Ion-Akkus halten die Einlegesohlen Ihre Füße bis zu 6 Stunden lang wohlig warm. Die LED-Anzeige zeigt die Wärmestufe und den Ladezustand des Akkus prozentual an, sodass Sie immer vorzeitig aufladen können und keine Kälte an sich heranlassen. Die Therm-Rub-Akkus werden mit einer Gamasche an Ihrem Bein befestigt. Das Kabel kann auch an der Gamasche aufgewickelt werden, um so nervige Verkabelungen zu entgehen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Ultrasport Schuhheizung. Die Thermosole von Ultrasport mit drei Heizstufen hält Ihre Füße dank ausgefeilter Technik und Materialkomponenten bis zu 7 Stunden lang wohlig warm. Die kabellose wiederaufladbare Einlegesohle eignet sich perfekt bei Outdoor- und Freizeitaktivitäten wie Angeln, Wandern oder Klettern, im Straßeneinsatz für Busines-Schuhe aber auch in Hausschuhen. Zum Aufladen einfach Ladekabel in die Sohle stecken, Netzteil in die Steckdose, fertig. Maximaler Komfort Schalten Sie die Thermosole ganz bequem auf Knopfdruck ein. Mit wenigen Schnitten können Sie Ihre Thermosole übrigens selbst schnell und einfach passgenau zuschneiden. Einfach entlang der vertieften Schnittschablone des blauen Eva-Schaums auf dem Sohlenboden folgen oder eine Sohle aus einem Schuh als Vorlage nehmen. Die extra flache Sohle ist geeignet für alle Schuhtypen und Größen von 35 bis 40 und 41 bis 46. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Schuhheizung-Test ist die Thermob-Schuhheizung. Lieben Sie den Wintersport? Dann können Sie sich beheizbare Einlegesohlen zum Skifahren kaufen. Arbeiten Sie im Kühlraum, in kühlen Lagerhallen oder im Winter draußen. Oder sind Sie sogar bei der Polizei, der Armee oder beim Rettungsdienst. Ob in der Landwirtschaft oder im normalen Haushalt jede kühle Aktivität wird durch die einzigartigen Thermosolen wärmend unterstützt. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes mit gewärmten Füßen an kalten Tagen. Eine optimale Wärmeverteilung zeichnen die raffinierten Sohlen aus. Hochwertige beheizbare Einlegesohlen. Mit großem Gummi-Heizelement. In den Größen 36 bis 47. Kabellänge 70 cm, Batterie betrieben mit 4 Batterien-Akkus des Typs AA Pro Seite. Beheizbare Einlegesohlen mit innovativem Gummi-Heizelement. Ausgestattet sind beheizbare Einlegesohlen mit einem innovativen Gummi-Heizelement. Dieses sorgt dafür, dass sich die Wärme raffiniert und großflächig verteilt. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.